Zorn und Morgenröte von René A.D. Zorn und Morgenröte ist der erste Band einer Trilogie, soweit ich weiß. Der zweite Band ist auf Deutsch noch nicht erschienen. Ich weiß auch nicht, wann er herauskommen wird. Im Original heißt der erste Band The Wrath and the Dawn und der zweite The Rose and the Dagger. Ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob es tatsächlich eine Trilogie ist. Ich glaube fast, es ist sogar nur eine Dilogie. Wie? Zumindest hat Goodreads den dritten Band noch nicht einsortiert. Bei der Geschichte handelt es sich um eine Neuerzählung von den Märchen aus Tausend und einer Nacht. Also Sheherazade heißt hier Shahzad. Und die junge Shahzad begibt sich freiwillig in die Fänge des Kalifen, der jede Nacht seit geraumer Zeit eine andere Frau heiratet und diese am nächsten Morgen umbringen lässt. Eines seiner jüngsten Opfer ist Shahzads beste Freundin gewesen. Und Shahzad beschließt daraufhin, den Kalifen zu heiraten und die erste Gelegenheit zu nutzen, ihn umzubringen. Sobald sie allerdings mit ihm verheiratet ist und es schafft, durch Geschichten, die sie ihm erzählt, ihn bei der Stange zu halten und ihn davon zu überzeugen, sie nicht sofort umzubringen, beginnt sie allmählich Gefühle für ihn zu entwickeln und ihre Entscheidung, ihn umzubringen, zu überdenken. Ja, bei dieser Geschichte ist es tatsächlich so, dass meine Moralvorstellungen mir da irgendwie in die Quere gekommen sind, beziehungsweise dem Buch irgendwie in die Quere gekommen sind. Der Zorn hat sich definitiv eingestellt, aber die Morgenröte der Hoffnung am Horizont leider nicht, was auch der Grund ist, warum ich das Buch im Endeffekt abgebrochen habe nach circa 200 Seiten. Ich kann verstehen, wenn viele Leute daraufhin meine Meinung nicht als voll akzeptieren, aber ich erlaube mir durchaus, mir ein Urteil über ein Buch zu bilden, auch nach, auch bereits nach 200 Seiten. Ich habe den Rest der Geschichte durchgeblättert und das Ende habe ich noch gelesen, aber im Endeffekt ist es so, dass ich große Teile des Buches tatsächlich nicht gelesen habe, aber ich werde es trotzdem rezensieren. Wir fangen erst mal mit den Dingen an, die mir in dem Buch gefallen haben. Das sind nämlich weniger und da kommen wir schneller durch. Das Erste ist auf jeden Fall die Atmosphäre und das Setting. Ich finde, dieses ganze orientalisch Angehauchte war wirklich toll. Die Orte waren toll und auch diese Anlehnung von den Märchen aus Tausend an der Nacht fand ich interessant. Und zweitens ist es der Schreibstil, der ganz tolle Bilder zeichnet, gerade auch was die Umgebung angeht. Und man findet halt einfach super schnell in die Geschichte hinein und sie las sich ziemlich flüssig. Und ja, das sind halt Dinge, da ich verstehe halt, warum Leute das Buch mochten. Ja, warum also habe ich das Buch abgebrochen? Also zum einen haben wir da ein Liebesdreieck. Ja, mit einem Typen, den Shazad von zu Hause kennt, das ist der Tarek. Wir haben allerdings Shazad nie mit Tarek alleine erlebt in irgendwelchen Szenen. Wir haben Szenen aus Tareks Sichtweise, die halt im Verlauf des Buches immer wieder vorkommen. Und wir haben Shazad, die zurückdenkt an Tarek, allerdings auch nur zu Beginn und irgendwann halt nicht mehr so wirklich. Mir ist es allerdings schwergefallen, aufgrund dieser wenigen Aspekte irgendwie den beiden irgendeine Form von Liebe abzukaufen. Und gerade auch als Shazads Verhalten im Laufe des Buches so ein bisschen dazu kommt. Ja, zweitens ist es so, dass das Buch extrem kitschig ist. Ich weiß, dass viele Leute darauf stehen und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man darauf steht. Aber in diesem Buch war es mir tatsächlich ein bisschen zu viel, auch als ich den Brief von Khalid am Ende gelesen habe. Also Khalid ist der Kalif. Ja, also das war der Punkt, wo ich auch gültig entschlossen habe, dass ich das Buch nicht beenden werde. Drittens, und das ist ein sehr großer Punkt, wenn auch nicht der ganz entscheidende, aber drittens ist ein sehr großer Punkt, hat Shazad ja diesen Masterplan. Und während das in dem Märchen von Scheherazade so ist, dass sie den, sie möchte ihn ja nicht umbringen, sie heiratet ihn nur, um andere Mädchen davor zu beschützen, von ihm geheiratet zu werden und umgebracht zu werden. Und sie bezieht ihn eben mit Charme und mit ihren Geschichten und schafft es so auf sehr clevere Weise, dass er sich in sie verliebt und ist dann auch mit ihm zusammen. Zumindest, ja, ist das ein Plan, den ich irgendwo verstehen kann und der einigermaßen Sinn ergibt. Bei Shazad ist es so, sie hat ja eigentlich den Plan, den Kalifen umzubringen. Sie erzählt ihm auch Geschichten, ja, das ist eine Parallele. Aber während Shazad das mit Scham macht, macht sie das mit so einer Art von unterschwelligem Unmut, den man auch merkt und den der Kalif sicher auch merkt. Und ich muss auch sagen, dass es so viele Stellen gibt, wo ich so dachte, boah, Shazad, was tust du da, wie dumm ist das gerade? Weil, ja, es gibt halt Stellen, in denen sie unnötig sich mit dem Kalifen anlegt, aus Gründen, wo ich mir so denke, boah, was, das ist viel zu riskant. Dein Masterplan, dein Masterplan, Shazad. Und auch die Tatsache, dass der Kalif halt schon nach Minuten, nachdem er sie Minuten ganz kurz gesehen hat, ja irgendwie sie als etwas Besonderes kennzeichnet. und sie als Einzige von allen Frauen, die er geheiratet und hat umbringen lassen, noch einmal besucht abends irgendwie. Das wird dann so ein bisschen romantisiert, aber das finde ich nicht gut, weil das ist einfach nicht romantisch. Weil diese ganzen anderen Frauen sind tot. Die sind gestorben. Wegen ihm. Da frage ich mich dann schon, inwiefern das romantisch ist, dass er diese eine Frau, wahrscheinlich nur, weil sie hübsch ist, herauspickt und diese eine Frau dann abends noch besucht und sich für sie interessiert. Und bei den anderen Frauen, die hat er einfach sterben lassen. Was ich auch ganz extrem finde, ist, dass Shazad hier die Chance hat, ihn umzubringen. Es gibt wirklich eine Stelle, wo sie die Chance hat, ihn zu töten, es aber nicht tut. Ein weiterer Punkt ist, dass das Ganze alles andere als Action geladen gewesen ist. Es hat sich stellenweise echt gezogen und es passiert halt auch einfach sehr, sehr wenig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das Buch, also die Liebesgeschichte mochten, dass die darüber sehr schnell hinwegsehen. Aber das Buch besteht halt wirklich fast nur aus der Liebesgeschichte und sonst aus so gut wie nichts. Der größte und wichtigste Punkt und eigentlich auch der einzige Punkt, warum ich das Buch abgebrochen habe, weil ich sonst Bücher immer beende und der, der auch meine Moral so ein bisschen, ne? Das ist der Punkt, dass ich das Verhalten der Protagonistin einfach nicht gutheißen kann. Und es geht hier noch nicht mal um Khalids-Verhalten. Ich weiß nämlich nicht genau, wie die ganzen Hintergründe waren und keine Ahnung, ne? Weil ich das auch nicht zu Ende gelesen habe. Aber Shazad denkt, er sei ein Massenmörder. Zu Recht. Denn das ist die einzig logische Erklärung, die es für sein Verhalten gibt. Shazad denkt, er sei ein Massenmörder und Shazad weiß, dass er ihre beste Freundin auf dem Gewissen hat. Ihre beste Freundin. Der Grund, warum sie ihr Leben riskiert hat. Trotzdem ertappt sich Shazad dabei, dass sie nach bereits zwei Tagen Gefühle für Khalid entwickelt. Und das ist für mich entweder von der Protagonistin dumm oder einfach unrealistisch. Also ich meine, klar, wenn mehr Zeit vergehen würde, okay, aber nicht nach zwei verdammten Tagen, wenn er die beste Freundin auf dem Gewissen hat. Nicht nach zwei Tagen. Nein, einfach nein. Und das ist so eine Stelle, wo ich mir auch denke, was vermittelt man hier dem Leser? Und wir müssen auch mal sehen, dass Zorn und Morgenröte ein Buch ist, das relativ junge Leser anspricht. Dass es ein Jugendbuch ist. Und was vermittelt man hier also jungen Mädchen? Ja, dass im Endeffekt es in Ordnung ist, jemanden zu lieben, der Schlimmes getan hat. Weil im Endeffekt ändert der sich ja bestimmt für einen. Und man ist ja, man selbst ist ja die große Ausnahme. Das ist halt so eine Romantisierung von etwas, was ich nicht gutheißen kann. Liebe kann halt einfach nicht alles heilen. Das ist so. Und der Lehrer von, der ehemalige Lehrer von Khalids Mutter, der hat das ja irgendwie gesagt, so im Endeffekt, ja, der braucht nur Liebe und blablabla. Und ich weiß, dass die Hintergründe eigentlich anders sind, als Shazad denkt. Aber es geht hier nur um Shazads Verhalten. Shazad denkt, er ist ein Massenmörder. Und ich verliebe mich einfach nicht innerhalb von zwei Tagen in Massenmörder. Und das ist etwas, womit ich mich total schwer getan habe und weshalb ich das Buch im Endeffekt abgebrochen habe. Vielleicht habe ich auch einfach zu hohe moralische Ansprüche. Oder einfach seltsame Vorstellungen davon, was ein Buch, also was eine Geschichte sollte und was sie nicht sollte. Aber mir ist in manchen Szenen echt schlecht geworden beim Lesen. Mir ist echt schlecht geworden. Gerade auch die Szene am Anfang, wo Shazad mit ihm schläft in der ersten Nacht. Boah, da muss ich jetzt noch schlucken, wenn ich daran denke. Es ist übrigens nicht ausformuliert, aber es ist halt so, dass sie mit ihm schläft. Es ist einfach so eine furchtbare Szene. Und ja, ich meine, ich kann irgendwo noch verstehen, warum sie es tut. Sie tut es, um ihn irgendwie einzuwickeln, damit sie ihn dazu bringen kann, ihr zu vertrauen. Aber warum schläft er mit ihr? Weil im Endeffekt soll es ja so sein, dass er ja eigentlich ein guter Mensch ist und er ja eigentlich das alles, es hat ja irgendwelche Hintergründe. Aber warum schläft er mit ihr, wenn sie da unbeteiligt rumliegt und offensichtlich keine Freude dran hat? Und da ist einfach der Punkt gekommen, wo ich diesem Buch trotz des Schreibstils und weiß ich nicht was, also einfach nur einen Stern geben kann. Weil ich einfach mit dieser Geschichte, ich kann damit nicht konform gehen und das ist halt ein Punkt, wo ich nur einen Stern geben kann. Wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass Leute das Buch mögen. Kann ich wirklich. Aber für mich war das unmöglich. Ja, ich gebe wirklich einen Stern. Ich gebe das so, so selten. Leute, die meine Rezensionen schauen, die wissen das. Ich gebe eigentlich so gut wie nie einen Stern. Ich glaube, Shades of Grey hat einen Stern bekommen. Aber das sind so die einzigen Bücher, denen ich einen Stern gegeben habe. Ja, Rush of Love glaube ich auch. Aber trotzdem ist es hier so, dass ich das tun muss und ich kann halt einfach nicht anders. Und es tut mir auch wirklich leid für all die Leute, die das Buch mochten. Aber ja, das ist halt einfach so. Ob ich jemals nochmal was von René Ardy lesen würde, weiß ich nicht. Aber ich denke halt nicht. Das war meine Meinung zu Zorn und Morgenröte. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und goodbye.